Tja Freunde, was war das wieder für eine epische letzte Episode hier bei 14.0 Venedig. Nein, letzte Folge eigentlich nicht, weil wir so episch, wenn man ganz sicher sein möchte. Aus dem Faktum her, dass wenn die Gesandten glücklich wären, ja, hier glücklich Gesandte, dass wir quasi keine Kulme verdienen und wenn sie ausgeglichen sind, zack, Steuerschraube, explodiert schon ein Förmler. Das ist faszinierend. So, hier wieder ein paar neue Gesandte. Ja. Wir sind mit 40, okay, bis 50 kriege ich es ja hin mit all meinen Gebäuden, den aktuellen. Ich bin immer noch am gucken, hier wegen Optimieren fortlaufende, weil da muss ich natürlich trotzdem sein, äh, wir haben hier 5, 6. Ja, 6 müssen immer noch reichen, da ist das Verrückte dran. Das ist doch verrückt! Das ist verrückt! Warum verrückst du mich? Ich meine, was, keine Ahnung. Äh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ist natürlich zu 100% ausgelastet, aber, pff, boah. All unsere Baupläne stehen zu eurer Verfügung. Ich meine, theoretisch kann man es machen. So, damit wäre ich jetzt, sagen wir mal kurz nachzählen, und dann sind wir bei 11. Also kurz warten, nochmal bei 100%. Okay, passt auch. Das habe ich schon mal abgewendet. Milch brauche ich auch 10 Stück, aber da haben wir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aktuell. Echt nur 9? Ich würde sagen, dann wäre schon viel mehr. Alles, und noch so viel mehr! Was ist los? Äh, da geht ein bisschen, da ganz, also nein. Müsste doch reichen, wenn ich dann noch irgendwie einen hinquetsche. Moment, aber wo hinquetschen? Milchfälle sind ja scheisse gross hier. 3, 90er wird auch reichen. Auch wenn es nur 93 sind, könnte es zwar hier, hätte es eigentlich hier oben auch können, aber egal. Ein anderes Mal. Äh, oder den runter und dann so runter, ist egal. Optimal ist die Insel eh nicht. Okay, dann habe ich hier noch für Teppichknüpferei, 4, 5, ich bräuchte nachher 6 davon. Ich werde alles schon mal vorbereiten. Bei Teppichen, wenn mich richtig erinnern, war einmal Stoff, einmal Farbe. Jo. So ist es, so war es, wird es immer sein. Amen. Dat bedeutet, hier haben wir die Seide. Das heisst, wir haben hier die Seide. Wieso schon schreie? Weiss auch nicht. Äh, einmal Seide für den Herrn. So. Und man zieht dazwischen. Und so viel Platz haben, aber nichts, der sie irgendwie abholen könnte oder so. Hm? Doof, wa? Genau so. Ist doch scheisse. Jo, ich finde das scheisse. So, komm. Dann hätten wir dem auch vorgesorgt. Okay, Perlen habe ich schon geguckt. Dann wäre das nächste noch der Kaffee. Da bräuchten wir 6 Stück insgesamt. Gut, der ist jetzt natürlich momentan ein bisschen doof. 2, äh, 3, 4, 5. Dort sind noch 5. Es ist einfach nur 5. 5 sind ein bisschen wenig. 5. 5, 5, 5. Oh, Mosaik. Ich brauche Mosaik. Wo ist denn jetzt? Ja, der ist hier. Das sehe ich auch. Ah, der ist da unten. Okay. Den haben wir gesucht. Mal ganz kurz da rüber. Er ist hier unten am, keine Ahnung. Raulenzen. Okay. Ist auch voll. Dann haben wir ein bisschen ruck, zuck, zack, zack hier. Äh, mal geguckt. Man hat sich das schon vorgesagt. Ja, Problem. Hier halt. Ich brauche 5. 5. 1, 2, 3, 4. Hä? Ein fairer Handel. Moment mal. Hä? Verwirrung? Mikrofon spuckt gerade auch. 3, hä? 1, 2, 3, 4. 5. Mal 3. Gib 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Scheiss, Fiona gar nicht mehr. Es geht ja auf. Hä? Okay, ich bin komvus. Ja, irgendwie, weiss auch nicht. Es reicht ja. Ich brauche nur 5 Tufen. Hä? Jetzt ist das Geld. Jetzt schlunkend hätte man gesagt, dass es nicht reichen wird. Okay, auch schon voll. Bäh. Ah ja, stimmt. Musik war ja was. Da war ja was. Mal kurz verteilen. Dann mache ich also... Ich mache zweimal Kaffee mehr. Weil jetzt haben wir natürlich schon einmal Kaffee Haag. Hä? Hä? Äh. Ne. Keine Ahnung wieso ich immer so viel hatte. Aber scheiss drauf. Na gut, das heisst dann kann ich wieder weg. Dann bleibt es so. 1, 2, 3, 4. Ich brauche noch eine fünfte und eine sechste. Ist ja gar kein Problem, sobald mal der Mosaik ankommt. Dann würde ich sagen, Freunde, wir gehen in dieser Folge noch richtig ruck-zuck-zack-zack mässig voran. Dann läuft es ja wie gespielt. Und können wir vielleicht sogar am Ende dieser Folge oder mitten der Folge kein Schimmer. Kein Blasten vor allem. Und kein Schimmer. Noch äh... Nächste... Ding anst... Ich habe hier noch 16... Komm kurz runter. Äh... Nächste... Stufe... Form... Whatever... Der... Äh... Welten rücken immer näher zusammen. Der Sultan sandte mich an diesen Ort, um nach dem Rechten zu sehen. Die Linken sind ihm egal. Entschuldigung. Manchmal bin ich einfach ein bisschen... Und dann bin ich halt noch ein bisschen und ja. Kommt eins zum anderen. 91% bloß. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig, Freunde. Hatte mir so viel erhofft. Von diesen 91. Äh... Ich mache das hier unten. Ich mache das nach da. Da war... Okay. Nach da war oder Java? Da war... Ding... So... Das Ganze noch einmal. Da wird es wohl auch das letzte Mal sein. Weil wir gehen auch langsam sicher wieder die Ressourcen aus. Ja, schon wieder. Ist unglaublich... Ist aber... Ist unglaublich wahr. Ups. Aber das hier ist auch unglaublich wahr. Äh... Zack. Du... 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 So... Den wollte ich eigentlich eher... Ich weiss, sieht jetzt ein bisschen kryptisch aus, was ich hier versuche. Aber es müsste funktionieren. Also komme ich weit drüber. So... Ihr seid ganz nach meinem Geschmack. Ja vor allem. Äh... Sind wir mehr? Nee. Momental bin ich hier eigentlich alleine. So, machen wir es einmal so wahr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hätten wir das auch. Gehen wir mal kurz da rüber. Ja, sind so ein Mosaik hier unten. Geht ihr ein neues kurz holen. Jo. Gefällt, gefällt. Wann tue ich hier für einen Kaffee noch irgendwas zu machen? Nein, schlecht wäre. Es geht doch. Geht auch noch aufsteigen. Aber erst einmal ist der dran. Und dann ist der dran. Und dann ist der Teheran dran. Und dann ist der auch noch dran. Minus, ja. Hatte gerade ein Minus. Mhm. Hab's auch gesehen. Man kann uns nicht fassen. So, noch ein paar. Oh, zwei habe ich noch. Okay. Erst mal kurz abwarten, bis die alle drauf sind. Obwohl, ganz ehrlich, warum? Äh... Zwei Stück, wa? Habe ich irgendwo zwei einsame? Zwei einsame Häuschen? Die Zuflucht suchen? So, scheiss drauf. Gut. Das würde aus den Nomaden nur noch plötzlich 90 Hütten machen. Und demzufolge müsste eigentlich die ersten, also die Grundnahrungsmittel oder Grundwaren, Waren... Ist egal. Müssen eigentlich ein bisschen sinken. Ja, sinken auch ein bisschen. Fabulös! Das heisst, Teppchen reichen... Eigentlich fünft oder sechs. Äh... Super. Egal. Aber eh genug Kohle. Also genug im Sinne von zuviel. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ach, schon wieder. Hm, noch unten noch etwas. Mal gucken. So... Dann... 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 Dann habe ich nicht vergessen. Und vor allem darf ich nicht vergessen. Ah... Die Knüpftnadel! Leg mich am Arsch! Er gibt's mir nicht! Ich kann manchmal so wieder, gibt's mir einfach nicht! Sag, was willst du? Das dachte er oder hatte die Hoffnung, dass er teilweise auch noch irgendwie andere Waren hätte. Das war nur eine Frage der Zeit. Schlachterei, ne habe ich ja. Ja, Brillemacherei, ja, von vor schon gegeben der Arsch. Glanschmelze brauche ich nicht, lalala, da kann ich es nicht vergessen, ich mache es immer wieder irgendwie Hoffnung und so, aber eigentlich kann ich es wirklich vergessen, scheisse. Ich hätte gerne noch was zum Kaffee und durfte Wasser anzukurbeln, aber du willst mir nichts geben, du Arsch. Du stinkst doch nach altem Arsch, lalalala. Okay, also neun ist schon wenig. Das ist echt so lange? Bisschen Kaffee zu malen, wa? Ich meine es nicht mal Kaffee Haag und trotzdem. So. Wäre ich hier, geh mal hier rein, wäre ich hier auch fertig. Ja, und hier auch. Äh, brauche ich hier oben denn noch viel? So viel, so viel wie noch nie, äh, wo ist er eigentlich? Ah, der ist er hier. Jetzt haben wir ihn doch schon ausgeröstet, ja gut, vielleicht bin ich mal froh drum, wer weiss. Okay. Mit Brillemacherei. Jo. Ist alles cool so. Warte, ich brauche jetzt mal Brot, Datteln und Melk. Ich brauche Melk. Das Wachstum ihrer Ansiedlung ist nicht, Arbeiter erwarten euren Befehl. Soll der Bau das hervorragend ist. Ich brauche ein Krall, wenn man fragen darf. Die Arbeit auf der Baustelle ruht, wirklich schade. Wenn der Sultan von eurer Metropole erfährt, wird er begeistert sein. Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Äh. Ja gut, brauche Glas. Haben wir oben, wow, wir haben viel Glas, aber wird es auch reichen? Ich brauche Glas nachher sowieso wieder selber. 270. Ne, wird nicht so ganz reichen. Das ist natürlich jetzt scheisse. Ich kaufe eigentlich noch ein Glas ein, aber aufgegeben. Okay. Uiiii. Uiiii. Wohin soll das ganz ehrlich sein, Leute? Komm. Das ist ein letztes grosses Projekt, wir stellen selber das her. Hm? Machen wir mal. Das machen wir doch mal. Aber ähm. Trotzdem. Weil ich brauche nachher auch. Ihr braucht nachher auch Glas. Also Glas, irgendwie muss sowieso sowieso was machen. Das würde bedeuten, unser aktuelles Glas kriegt alles den Orient, weil er müsste es fast komplett aufgeben, vielleicht geht es sogar komplett auf, haben wir nicht ganz nachgerechnet. Da hätte ich schon mal ein Problem, uuuh, geht aber schnell runter. Es gibt kein Bauvorhaben, das ihr nicht verwirklichen könnt. Neeee, wer weiss. Aber das mit einer Mosaikmacherei drin. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, Mosaik habe ich drin. Müsste also ordentlich ankurbeln hier. Arbeiter kommen gut voran, bald ist es geschafft. Ja, aber das Ball, das kann ich noch ein bisschen hinziehen. Da bin ich ziemlich zuversichtlich. Aber was ich auch zuversichtlich bin. Ehe. Okay, jetzt wo ich gedacht hätte, scheisse. Egal, ähm, Glas herstellen, Glas, das ist ja... Ich glaube, wir haben noch in keinem einzigen Durchwahn, wo ich Anno gezockt habe, jemals durch Glas hergestellt. Weil, ja, lohnt sich meistens nicht. Potasche und Quarz. Ich nehme jetzt mal an, dass wir sowieso genug Quarz haben. Ne, nicht mal. Aber wo ich sicher genug Quarz habe, ist momentan hier oben. Problem gelöst, ich mache es hier oben. Benötigt Potasche und Quarz. Stilles Bedürfnis nach... Ne. Ich mache jetzt gar nicht, ähm... Moment, ich muss mal ganz kurz etwas revidieren. Irgendwann muss man doch etwas verkaufen bezüglich, äh, dem Glas und so. Ich habe das nicht sogar schon, weil ich das Mausser Seen irgendwie bekommen habe. Okay, jetzt schwirrungen, ich hätte das schon. Gut, aber dann nichts. Ist auch egal. Äh, ja. Ganz kurz mal nachgucken. Wie ist das Verhältnis? Wie ist das Verhältnis? Wie ist das Verhältnis? Sag mal hier, hier. Äh, eins... Alter! Das ist ja voll krass. Eine, sage ich jetzt mal, äh, Quarzmine. Und eine Waldglashütte. Entsprechend zwei Glasschmelzen. WTFs? S vor allem. Oha, ziemlich viel Platz hier oben. Äh, machen wir es hier. Ich glaube, ernsthaft, ich habe das Gebäude noch niemals gebaut in meinem Leben. Prämieren. Ups. Nö. Habe ich noch nie gebaut in Anno. Eine Premiere, hey. Prämieren. Ja, bei Anno 14.0 Venedig gibt es immer wieder Prämieren. Äh, ja. Das natürlich dementsprechend auch nicht. Zwei Stück kann man davon bauen. Ja, Quarzmine. Potage wird gerade geliefert. Wir müssen ein bisschen Geduld haben, wa? Ja. Äh, jo. Was habt ihr dem Rat der 10 anzubieten? Glaubt bloß nicht. Ich würde euch um irgendetwas beneiden. Mhm. Dann glaube ich sage mal nichts. Ah, hier. Der ist sogar da unten. Ich hole mal schnell, wa? Weil eben, wir brauchen Glas. Nehme ich plötzlich kein Glas mehr. Geh mal kurz hier rüber. Äh, der kann eigentlich auch da. Beziehungsweise könnt ihr eigentlich... Ah, da waren natürlich drei voll, wa? Scheisse. Drei unterschiedliche... Du du du... Ah, was muss ich? Läuft. Hashtag Säuft und so. Der Bau macht Fortschritte. Ja, da, da, das läuft. Das läuft, wie es soll. Apropos Handsbeziehungen. Wie sieht's denn... Ah, schön, dass ihr da seid. Mhm. Heuslote anfordern. Zwei kleinen Kischen, wenn ich hause. Klar, warum nicht. Kann ich hierbei auf euch zählen? Oh nein. Das sind ja so... Scheiss-Quests. Heuer untertänigster Diebe. Meine Dienste sind Gold wert, sagt ihr? So, jetzt müsst ihr auch gut sein. Es ist also meine eiserne Stränge. Meine Anmut ist im ganzen Kaiserreich unübertroffen. Alter, was ist los hier? Ich spreche. Ich weiß eben, womit man euch begeistern kann. Das klang gerade jetzt immer zweideutig. Ihr habt richtig gehandelt. Jo. Vier Ba... Wie viel? Vier Bauchtänzerinnen! Alter! Ja, viel Spass im Suchen! Moment! Seid euch eurer Sache nicht zu sicher! Seid euch! Seid euch! Seid euch! Seid euch! Denk ich mir immer so... Boah, Alter, hat jemand eine Base. Was ist denn los mit dir? Wenn sie wieder Krieg anfangen oder was? Boah! So, Glas schmelzen! Glas schmelzen! Das also sind eure Vorlieben? Glas schmelzen? Was bist du denn für ein kranker Psycho? Was ist das über einen Menschen? Nö! Nutzloser Tant! Ich weiss! Wieso gibst du es mir dann? So, und könnte ich hier eigentlich mal friedlich, fröhlich vor sich hin produzieren. Das läuft dann eigentlich relativ gut. Ich brauche sowieso Glas drin, okay. Alter, was singen die hier steinig? Okay, ähm... Bridging! Ja, ich bridge den klar auch. Der braucht es relativ schnell. Ja, gehen wir mal kurz mit ihm darüber. Auch Tänzerinnen. Ich bin immer noch unentschlossen, ob ich mich hier wohlfühlen soll oder nicht. Ich mach mal hier voll eine Probe. Von der... Oh, ich muss nicht heranzoomen, ich kann es auch so. Ein bisschen rumklicken. Weil treffe ich hier eine. Ja, ich sehe wirklich auch nichts. Scheisse. Das ist doch scheisse. Genauso wie der Part. Denn der ist wieder vorbei. Und geht mir ja voll auf den Art. Na ja. Jetzt seid ihr, wir sind uns einziger. Weil manchmal kriege ich natürlich diese verdammte Violen hier, sowas, kriegt man ja auch durch Quests. Ich bin froh, euch endlich wiederzusehen. Der steht auf mich, wa? Ich kann es nicht anders interpretieren. Mein Hafen mag auf euch ungeschützt wirken. Doch im Notfall steht mir die gesamte Flotte des Sultans zur Verfügung. Ja. Wie auch haben wir den Spruch schon gehört. Ich kann gar nicht mehr mitzählen. Ja, da bist du. Ja, da noch mal zweifeln. Ganz ehrlich. Kann ja wohl nicht angehen. Weil sowieso ein paar Beinen. Ja, da dauert und dauert. Da kriegst du ja die Krise. Wir freuen uns sowieso aus, wenn wir den nächsten Part also damit beginnen, dass wir BauchtänzerInnen suchen gehen. Ist ein neuer Scheiss und so, weil... Ja, ich will schon mal den Schiff auf Reis schicken zu ihm hier, bevor ich hier anfange zu suchen. Bevor ich hier anfange zu suchen, ist auch ein schönes Wort. Und dann, ja... Ich könnte theoretisch schon mal hier loslegen, aber ganz ehrlich. Wir fokussieren uns jetzt mal hier unten. Wenn der steht, dann machen wir hier oben weiter. Und ja, auch wenn wir unten mal ein paar abhauen, weil die Waren nicht mehr da sind oder so. Momentan ein bisschen bezweifeln, wenn er da sein soll. Ist alles super. Ja gut, komm, wisst ihr was? Die Violen können ja gestohlen bleiben, ganz ehrlich. Die sind ja sowieso so verdammt selten. Ähm, wir müssen mal ganz kurz gucken. Was macht er schon wieder? Zehn Tonnen Brot. Fünfzehn Datteln, fünfzehn Milch. Ich gehe natürlich am besten nach hier mal holen. Obwohl theoretisch auch nicht direkt von der Quelle holen, wa? Bin vermutlich ein bisschen schneller. Äh, Tasten finden für die Kombination. Gute Pautenzring. Die sehen ein bisschen orientalisch aus. Was? Oh, woherum eigentlich? Ist ja keine Quest Murrient. Ich gehe mal davon aus, wie sie orientalisch aussehen. eine Worte. Was? Ich habe auch Tänze in denjenigen, die irgendwie, wenn ich so einen Schleier rundum hat. Hier. Sie haben die gesuchte Person gefunden. Ja, das war einer. Ja, das ist immer so ein leichten blauen Rahmen rundherum. Lass die Person... Ja, die Person sagt halt auch gar nicht so orientalisch aus, wie ich eigentlich dachte. Schade, schade. Oje, oje. Äh, 15... Oder? 10, 15, 15. Top, die Wette gilt. Und los. Ja, gut, Freunde. Wir werden uns in der nächsten Folge also nochmal ein bisschen umgucken nach den Bauchtänzerinnen. Da ist mir die Zwe... Kommt hervor. Hallo? Du bist der Zweite, ich seh's doch. Hä? Da gab es noch einen blauen Rahmen. Voll fies, sind wir voll verarscht. Das büsst er mir. Ja, natürlich nur eine. Mir tut doch cool, wenn ihr irgendwas im Konto socken könnt, womit die automatisch im Konto gehen. Ein gutes Geschäft. So wie ein... Ja. Rattenpfeifer-Dingsbums. Äh, der Rattenpfeifer, der Rattenfänger, so. Der soll in der Flöte gemacht, aber hier... Keine Ahnung. Bauchtänzerinnen. Auch mal Geld anbieten. Kommt zum Konto und kriegt der Kohle. Aber ich glaube, das klappt hier nicht. Ne, ich muss natürlich in Anu-Manier denken, also Ruhm. Die kriegen alle Ruhm von mir. Macht, Reichtum und Ruhm. So fängt ja auch One Piece an. Äh, ja, okay. Das bringt so weit erstmal nichts. Gut. Dann, würden wir mal sagen, wir gehen zurück zur Pothütte. Weil die ja so pot-hässlich ist. Aha! Die sind hier voll dabei. Mit 100%. Das freut mich natürlich. Und ich sage ihnen mal, wir produzieren Glas. Und sind gespannt, wie es vorangehen wird. Das erste Mal, beim Leben produziere ich selber Glas. Es ist kaum zu fassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.